Übersicht der Anschlüsse am Beispiel des Samsung QLED TV Q60T. Dein neuer Samsung QLED TV ist da. Jetzt noch schnelle kompatible externe Geräte und die Antenne anschließen und direkt mit der Erstinbetriebnahme beginnen. Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Fernsehers. In diesem Video zeigen wir Dir die Anschlussmöglichkeiten Deines Smart TV. Hier wird das Stromkabel angeschlossen. Der Smart TV verfügt über zwei USB-Anschlüsse. Möchtest Du Fernsehsendungen aufzeichnen, verwende den oberen USB-Anschluss, um hier eine geeignete Festplatte anzuschließen. An den zweiten USB-Anschluss kannst Du ein USB-Speichergerät wie einen USB-Stick anschließen und Dir die gespeicherten Bilder und Videos dann bequem anschauen. An den QLED können bis zu drei Geräte über HDMI angeschlossen werden. Verwende die HDMI-Anschlüsse für Blu-Ray-Player oder Spielekonsolen. An den HDMI-Anschluss mit EARC, Enhanced Audio Return Channel, kannst Du zum Beispiel einen AV-Receiver anschließen. Dann kommt der Anschluss für Satellitenempfang und darunter kannst Du entweder den digitalen Kabelanschluss anstecken oder Deinen DVB-T-Empfänger. Über den optischen Audio-Anschluss Digital Audio Out kannst Du beispielsweise eine Soundbar mit Hilfe eines optischen Kabels mit dem Smart TV verbinden. An den AV-Anschluss schließt Du beispielsweise einen analogen Videorekorder an. Deinen Fernseher kannst Du hier auch per LAN mit dem Internet verbinden. Eine WLAN-Verbindung steht Dir aber natürlich auch zur Verfügung. Möchtest Du kostenpflichtige, verschlüsselte Programme empfangen, kannst Du hier das mitgelieferte CI-Modul einsetzen. Entferne dazu den Aufkleber. Schau Dir auch unsere anderen Hilfe-Videos zum Thema TV-Audio-Video an.